Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was ist jetzt? Bist du jetzt dabei bei einer Sache? Ich weiß auch nicht. Und wollt ihr uns erwischen? Dann gehen wir in den Häfen. Ach geh, wegen so einer Kleinigkeit denkt nicht. Luciferius! Luciferius! Da ist der Gerhund vor, Lucifer! Ich hoffe, ich fühle mich auf, Onkelie! Was ist denn? Ich bin ja schon. Salve! Quello de Cora! Schust du was? Quello de Cora! Ich heiss Lateinisch und heisst... Das ist das Mädel! Grüß dich! Das ist die Ruherische und heisst grüß dich! Zwei Ton, hab ich Zeit, damit ich den Bertl verführe! Ja, haben wir einen Besuch? Luciferius! 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 Er will gerne noch bleiben! Ja, der Bertl! Der Luciferius! Das ist ein komischer Kauz! Ich bin kein Stinker der Weihnachtungsgast! Ich bin einer, der sofort ein Kind, wenn die finste Frau vom ganzen Tag ins Heiligen bringt! Was ist denn du da? Der wär schon auf jemanden warten! Was geht denn dir denn so? Achso, da war uns auf jemanden! Aha! Da wohnt wer? Aireann! Die Menschen, die Machen, die Machen, die Machen, die Machen! A Million Dollars was euer Sorrow, now you're paying for it! Think Twice! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es ist Dienstag, 18. April und ich bin gerade auf dem Weg zur 13. Theaterprobe im Theaterstadl. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da waren wir. Es hat erfrischende 2 Grad. Das Mischte ist Lehm. Du, wie ist es? Du, wie ist es? Du, wie ist es? Du, wie ist es? Um einander so. Du, wie ist es? Das heißt ja einfach auch, dass man oben reinnehmen kann. Nein, nein. Warte. Machst du mir das nur einmal? Was ist denn mit dem Schankkreis von Oberwürst? Und was ich es? Und was ist denn mit dem Schankkreis von Oberwürst? Einfach ein bissel... Du musst es ganz schwäler geben, was. Darf ich das mal nicht? Was ist denn weg? Was ist denn das da? Ach, den hält er. Ist das alles, was du drauf hast? Jetzt wirst du mal schön langsam zufrieden. Aufgekommen! Luft! Ich habe dich verstanden. Geh dich, grüfe und heim dich! Geh dich, grüfe und heim dich! Ein Ida Teifedin! Schalten wir die Filme rein, oder? Ja, ich habe sie gerade angeschalten.